Hi, ich bin der Alex von der Flugschule Hierondell hier in Weinheim. Wir werden auch immer wieder gefragt, was ist eigentlich, wenn so eine Leine von so einem Gleitschirm reißt? Da sage ich immer, kommt drauf an. Also wir haben auf jeder Seite circa acht Stammleinen, die von unten, von dem Tragegurt oder von unserem Sitzgurt ausgehen nach oben. Die vergabeln sich dann immer weiter nach oben. Wir haben da meistens zwei bis drei Gabeln nochmal drin und da werden auch die Leinen-Durchmesser immer dünner. So eine Stammleine, die ganz unten anfängt, die hält circa 80 Kilo. Das heißt, wir haben auf jeder Seite circa acht Stück davon. Acht mal 80 sind so 640 auf jeder Seite. Das heißt, ihr könntet eigentlich theoretisch ein Auto dranhängen. Mit 1200 Kilo, so einen kleinen Golf, kriegt man da dran, ohne dass da was passiert. Ihr wiegt circa 100, 110 Kilo mit der Ausrüstung. Das heißt, ihr habt da noch massiv Platz. Sollte dennoch mal eine Leine reißen, gerade im oberen Bereich, ist es durch die ganze Vergabelung nicht ganz so tragisch. Man kommt trotzdem noch safe runter. Wenn da was passieren sollte, bzw. ihr seid am Startplatz und seht es, dann würde ich auf keinen Fall mehr starten, sondern vorher erst die Leine austauschen lassen, bevor man dann wieder in die Luft geht. Die Schirme werden grundsätzlich alle zwei Jahre, müssen die zum Check, die Checks führen wir auch durch, da werden die kontrolliert auf die Festigkeit von den Leinen, die Festigkeit vom Tuch wird kontrolliert, die Porosität, wie viel Luft da noch durchgeht, durch den Stoff vom Tuch. Die Leinen werden dann auch aktiv durchgerissen. Das heißt, zwei, drei Leinen werden probehalber auf Spannung gebracht, dann wird eine bestimmte Zugkraft draufgegeben und dann wird geschaut, okay, bei welcher maximalen Kraft reisen die Leinen durch. Die werden dann ersetzt und dann hat man mal so einen Schnitt für die anderen Leinen, was denn noch an Zugkraft vorhanden ist. Diese werden dann ganz einfach ausgewechselt und dann ist man wieder für die nächsten zwei Jahre safe unterwegs. Falls ihr noch Fragen habt dazu, sprecht uns gerne an. Wir helfen euch gerne weiter. Vielen Dank.